So, da bin ich wieder zu meinem Let's Play Puppet Shadow, der Blitzschlag. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wir finden hier auf jeden Fall erstmal nichts mehr. Wir haben uns leider komisch und merkwürdige Teile gefunden, aber was weiß ich, was ich damit anstellen soll. Ähm... Was haben wir hier? Huh, ich muss den Deckel mit etwas abstützen. Vielleicht mit dem G-Stock. Was haben wir jetzt hier? Eine Rose. Aha. Ähm... Wir gehen jetzt erstmal nochmal zum Fallen. Nachdem der Fremde ein Zaubersprach schlug, der Blitzschlag eine Kronleuchte ein, der dann zu einer Oktostatue wurde. So. Auszeichnung. Verwende Beweiskarten falsch. Aha, okay. Okay. Ich sprach einen Zauber und ein Kronleuchter verwandelt, dass ich in eine Oktobuspuppe warnte, mich ebenfalls die Frau in Ruhe zu lassen. Schanda scheint keine neue Vollzunf für mich zu haben. Okay. Keine Ahnung, was ich das noch machen soll. Ähm... Dann schaust ich hier nochmal kurz um. Kriege ich dich kaputt hauen vielleicht? Keine Emotion habe. Ich sollte ihn dennoch behalten. Okay. Ah, die Schleife kann ich hier benutzen. Wo ist denn die Schleife? Hier. So. Du hast eine Puppenhand gefunden. Yay. So. Die Puppenhand kommt zu der Dame hin. Und wir finden die dritte rosa. Juhu. Es geht voran. Es geht voran, Leute, von heute. So, dann die Rosen in den Einsätzen, bitte. Mhm. Gut. What the hell? Das sieht cool aus, ne? We must meet soon. Find Jean. He will know how to find me. You'll need a ticket. Bringe den Spiegel näher an das Papiertheater heran. Das ist eine Nachtigall-Puppe gefunden. Sollte mir die Beweise ansehen, vielleicht kann ich da neue Schlussfolgerungen ziehen. Nachdem ich das Rosenmuschel gesammelt habe, zeigte mir Shantana, was mit dem Schauspielern geschehen war. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob es sich um eine Entschuldigung oder um den Mord handelt. Die Reflexion zeigte die Schauspielern als Puppe und nicht als diebende Person. Shantana erzählte mir ebenfalls eine Geschichte über zwei Dieben, die den Tod austricksten. Okay, jetzt schauen wir uns aber die Fallakte an. Okay, jetzt schauen wir uns mal. Was soll ich denn jetzt machen? Shantana wartet auf meine Taten. Okay, bringt mir aber auch nichts. Gut. Und was jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Nein, das bringt mir nichts. Oh, ich kann noch was machen. Shanta sagte mir, dass Jane mir helfen würde, mal zum Zugriff zu gelangen. Ich sollte wohl besser mit ihm sprechen. Das Bild ist nie vollständig ohne ein hübsches Mädchen. Ja, warum kann ich mir das ansehen? Hä, was soll ich jetzt hier machen? Hä, hier fehlt das Mädchen. Aha, okay. Kann ich mir auch nichts mehr machen. Ne, hier kann ich auch nichts mehr machen. Nein, das war, da habe ich schon mal nachgeschaut. Ja, aber auch nichts mehr machen. Ich bin im Dienst. Ich darf nicht trinken. Ah, okay. Die Straßenartelle lebt. Zieh auf die Bühne. Und wer ist damit? Oh, oh. Du hast eine Latterne gefunden. Du hast eine Latterne gefunden. What the hell? Alles klar, den Habisch. Den Habisch. Den Habisch. Danke. Say, are you investigating that case? The one about the missing ladies? I saw your folder. Don't worry. I didn't open it or anything. I just want to help. I heard that Nightingale was struck by lightning. And vanished. Is it true? Everyone loved Nightingale. But now only see her on posters. You want to search the circus? You'll need a ticket. Here. You can win a free one from the Cabaret's Paper Doll Theater. Yay. A beautiful young lady lived in a luxurious mansion. For her 15th birthday, the parents decided to make a surprise for her. Darstellung ändern. Darstellung ändern. Schlüssel und Feuerzeug. Ne, wollte ich doch gerade machen, die Katze anzünden. Okay. Ah, yes. Not wirklich geklappt so, ne? Pierrot fällt auf sie. Ah, verstehe. So. Und jetzt anzünden die Katze. The whole family went to choose a horse for the birthday present. The best horses could only be found in the Jitsi camp. Cool. Was soll ich jetzt machen? Und da war die mit aus einer Bezahlung. Inzwischen gehört etwas. Ja, aber eine Akklimation. Ganz kurz. Moment, bitte. So, da bin ich wieder. Ich muss sie kurz unterbrechen, weil mein Vater nach Hause gekommen ist. Jetzt muss ich mir was überlegen. Mhm. Und es gehört etwas. Aber was denn? Mache ich jetzt. Was könnte ein Eichhörnchen wollen? Eine Eichel? Ah, hier kann ich was weg. Darstellung ändern. Ach, okay. So, hier gehört was rein. Hier habe ich dann die Münzen. Und die Münzen für die Jus. Oh, ist die schön. Also, ich bin ja einer, die voll, ähm, Pferde mag. Eichhörnchen! Ein Pfeil war ja irgendwie klar, ne? Ein Heiratsantrag. Ach, und dafür sind die Rosen. So, äh, schauen wir uns das mal in der Liste an. Vielleicht ist dieser Vogel hungrig. So, du kriegst was zum Essen. So, du kriegst einmal die Rosen. Und einmal die Ringe. Ja, ich bin dabei, dich anzuhängen, mein liebes Ding, ding, ding. Ich muss geladen werden. Damit mache ich mal natürlich mein Headset. Die junge Frau stimmt zu, die sie sich ändern wollten. Die Hochzeit verändern. Darstellung ändern. Jetzt wollen wir den Zylinder. Den Raben nehme ich auch mal kurz so mit. So, den Papierhut. Den Anzug. Gut gemacht, du hast ein Ticket gefunden. Yay! Tch. Ich weiß, wer keiner anders vor Isart so mutig ist. Oh Mann, der Zuckus. Ja. Da, bitte. Äh, okay. Hier haben wir wieder ein Schweinchen. So, wir sammeln jetzt erstmal natürlich das ganze Zeug ein. Was haben wir hier? Für dieses Spiel brauche ich Spielmarken. Also, Schande. So, ich weiß nicht, dass ich selber spielen muss. Was haben wir hier? Hey, das Spiel kann nicht gewinnen. Ich brauche ja nur etwas Schweres. Wenn ich das Spiel gewinne, ist diesmal ein Preis. Okay, alles klar. Aber ich kann hier nichts Schweres... Okay, alles klar, gut. Jetzt mal hier. Ich schaue mir das gleich an. Zirkus. Russische Bärenshow. Da kommt also der Bärenjunge. Ach du Scheiße. Hi. Wow, das muss ja eine fetzige Schau sein. Aber zur Zeit ist es nur eine große, ein bisschen leeres Zelt. Und warum folgst du mir überall hin? Nein, der Bär lässt mich nicht näher ran. Es muss mir die Möglichkeit geben, sie zu beruhigen. Hier haben wir nochmal ein Schweinchen. Hab ich genau gesehen. Nein, der Bär lässt mich nicht näher ran. Also, du hast einen Tuch gefunden. Alles klar, was haben wir hier? Du hast einen Spielmarkt gefunden. Yay. Ich würde aber sagen, wir beenden hier mit dem Schrein im Bären. Das dem Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.